Blumen machen einfach jedes Zuhause ein bisschen schöner. Und damit sie richtig gut zur Geltung kommen, habe ich coole Tipps für euch. Willkommen bei Interior. Ich bin Katrin und heute zeige ich euch, wie ihr Blumen und Zweige mit der richtigen Vase kombiniert. Das Wichtigste dabei, ein bisschen Inspiration und Mut zum Ausprobieren. Feste Regeln gibt es keine. Es zählt, was euch gefällt. Ein paar Tipps, an denen ihr euch orientieren könnt, zeige ich euch anhand von Trocken- oder Kunstblumen. Funktioniert natürlich auch mit echten Sträußen. Für die Blumen, die ich mir ausgesucht habe, brauche ich jetzt die passende Vase. Ihr solltet beides immer als Arrangement sehen. Bei meinen Blumen und Zweigen achte ich darauf, dass sie insgesamt doppelt so hoch sind wie die Vase selbst. Wasenformen gibt es viele. Als Faustregel gilt, die Blumen spiegeln die Form der jeweiligen Vase wieder. In bauchigen Vasen wirken runde, kleine Blumen, dafür gerne ein bisschen mehr davon. Und in Zylinderformen passen hohe einzelne Blumen. Diese Vase sieht auf dem Tablett verloren. Deshalb bilde ich jetzt ein Grüppchen. Am besten ihr setzt auf eine ungerade Zahl und verschiedene Höhen. Also zum Beispiel drei Vasen oder zwei Vasen und ein Deko-Objekt. Wichtig ist, dass sie einen gemeinsamen Nenner haben, der sie verbindet, wie zum Beispiel Stil, Farbe oder Material. Diese Ecke hier sieht aktuell ziemlich tot aus. Aber mit einer Bodenvase wird so eine Lücke zum Hingucker. Die fülle ich mit möglichst hohen Blumen und Zweigen, sonst wirken die Blumen in der großen Vase verloren. Das Bild gefällt mir besonders gut. Darum bilde ich jetzt ein Blumenarrangement, das optisch auf das Motiv abgestimmt ist. Dafür brauche ich eine Vase mit oder ohne Blumen in ähnlichen Formen und Farben. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bayern heal Herren Exussexyz So viele schöne Blumen-Vasen-Kombinationen. Welche davon hat euch denn am besten gefallen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst uns ein Like. Und wir, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Interia. Ich freue mich drauf. Eure Katrin.